Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs reduzieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Reduziert. Reduzierte. Hat reduziert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich reduziere. Du reduzierst. Er reduziert. Wir reduzieren. Ihr reduziert. Sie reduzieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich reduzierte. Du reduziertest. Du reduziertest. Er reduzierte. Wir reduzierten. Ihr reduziertet. Sie reduzierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe reduziert. Du hast reduziert. Du hast reduziert. Er hat reduziert. Wir haben reduziert. Ihr habt reduziert. Ihr habt reduziert. Sie haben reduziert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich reduziere. Du reduziert. Du reduzierest. Er reduziere. Wir reduzieren. Ihr reduziert. Sie reduzieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich reduzierte. Du reduziertest. Er reduzierte. Wir reduzierten. Ihr reduziertet. Sie reduzierten. Den Schluss macht der Imperativ. Reduziere du. Reduzieren wir. Reduziert ihr. Reduzieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb reduzieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald.